Heute zeige ich dir ein interessantes Video, wie Knoblauch sich von alleine schält. Wenn du ganz viel Knoblauch schälen möchtest, dann kannst du diesen Trick verwenden. Kannst du eine Knolle oder zwei oder drei in eine Schüssel tun. Dann gießt du heißes Wasser über den Knoblauch, lässt du einwirken, 10 bis 20 Minuten und Knoblauch, schaut euch an, die Knoblauchzehen sind fast von alleine geschält. Jetzt weiter zeige ich dir, wie du Knoblauch bis ein Jahr lang aufbewahren kannst. Jetzt tust du die Knoblauchzehen ein Glas, danach ein paar Chiliflocken und ein bisschen Öl, ein Teelöffel Salz und danach gießt du Apfelessig. Nach circa drei Tagen kannst du die leckerste Knoblauch der Welt essen mit diesem Trick und er ist haltbar bis ein Jahr lang. Du kannst den Kürzlang aufbewahren, probiere unbedingt diese Tipps einmal aus. Es wird dir helfen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.